Das Jahr geht zur Neige und damit auch die Chance in diesem Jahr noch groß abzusehen. Es sei denn, man nimmt jetzt Gewinne mit, denn der Markt ist nun mal relativ hoch. Wir sehen es beim DAX Index, er hat heute mit einem kleinen Gap nach oben gestartet, ist dann wieder runtergekommen, das Ganze nachdem der Nasdaq, hätte ich fast gesagt, der liegt daneben, nein, der Nikkei, heute nach oben geschossen, ist fast 3% hier der Anstieg und damit auf 30 Jahre hoch, nie fast 30 Jahre hoch, also ganz schön heftig geklettert, das Ganze. Also wir sehen, dass das ein ziemlich deutlicher Anstieg war, der da war. Allerdings, wenn wir jetzt nach Fernost, von Fernost nach dem Westen gucken, so muss ich sagen, von Nikkei zum Nasdaq, den ich eben schon mal erwähnt habe, dann sehen wir, dass der Markt weiterhin eben sehr nervös ist. Wir hatten das durchaus gestern schon zur Eröffnung, wo der Markt am Anfang erst noch sehr zögerlich war. Im Endeffekt aber dann doch gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich kletter jetzt. Jetzt sehen wir hier abermals, dass wir hier heute so zur Eröffnung erst mal wie wild gewackelt hatten. Jetzt allerdings erst mal Schub nach unten. Eigentlich würde ich jetzt normalerweise auf den Trichter kommen, naja, wenn er jetzt sowas macht beispielsweise, dann Trigger nach unten und es gibt die Short-Richtung. Das ist gestern natürlich genauso gewesen, nur mit dem Unterschied, dass der Markt dann stattdessen sowas gemacht hat. Er hat also gar nicht erst abgewartet, sondern hat dann gesagt, bevor wir jetzt noch mal tiefer gehen, starten wir durch. Ob das heute so ist, das werden wir wohl abwarten müssen. Wir dürfen damit rechnen, dass die Marktbewegungen weiterhin heftig und schnell durchaus sind. Aber wir sehen eben auch, dass das Ganze nicht auf so richtig breiten Füßen aufgestellt ist. Das heißt nicht, dass der Marktanstieg jetzt total neben der Kappe ist. Wir sehen, wenn wir noch mal auf das Volumen gucken beispielsweise, dass wir gestern einen Tag hatten, der zwar nicht mehr so viel Volumen hatte wie normalerweise hier im Dezember. Wir sehen das, da war der Durchschnitt ungefähr hier. Wir hatten so vielleicht 80 Prozent ganz grob, aber da kann man noch nicht richtig maulen. Im Vergleich mit dem DAX, da sehen wir schon, ah okay, hier ist also wirklich jetzt im Moment deutlich weniger als das, was wir hier vorher hatten. Naja, was heißt deutlich weniger? Aber zumindest sind das hier weniger als im amerikanischen Markt prozentual auf jeden Fall. Und das heißt, womit können wir heute jetzt rechnen? Durchaus mit weiteren heftigen Bewegungen, durchaus mit schnellen Bewegungen, gar keine Frage. In welche Richtung? Es ist ein Wabonspiel. Wir wissen das alle nicht. Wir haben das jetzt mehrfach miterlebt, dass der Markt mal eben schnell eine Richtung macht, dann umdreht und sagt, ach komm, was interessiert mich das, was ich eben gemacht habe, ich drehe jetzt um. Das heißt, für all diejenigen, die heute aktiv sein wollen oder müssen, seid etwas vorsichtig. Ich werde selber wahrscheinlich heute keine Position im großen Stil jetzt zumindest mal mehr handeln, denn diese Wackelei ist einerseits einladend, allerdings wie so häufig, wenn die Sirenen rufen sozusagen, um in der griechischen Mythologie zu bleiben, dann kann es sehr teuer werden. Also, wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Passt also ein wenig auf, wenn ihr das nutzen wollt. Ich bin nicht dagegen, um Ihren Willen, das maße ich hier an. Aber wichtig ist, passt auf, dass ihr da nicht euch einlullen lasst von diesen schnellen Bewegungen. Wir müssen damit rechnen, dass es eben schnell auch mal wieder die Richtung wechselt. Deshalb lasst euch das bestätigen, zum Beispiel durch irgendeine wackelige Gegenbewegung. Wenn die dann getriggert wird, dann loslegen und nicht einfach sagen, ah, das läuft gerade so schön. Das fällt bestimmt noch weiter, um dann zuzugucken, dass es in die Richtung geht. Oder zu sagen, hey, wie cool, das steigt bestimmt noch weiter, um dann zu sehen, dass es möglicherweise massiv in die falsche Richtung dann eben geht. Auch wenn sich das vielleicht später dann nochmal wieder ausgleicht. Vielleicht die Frage ist aber, kann man das Ganze mental, aber auch finanziell aushalten? Nicht, dass dann der Margin Call kommt. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Falls wir uns nicht mehr hören, ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es morgen ein Video gibt. Deshalb sage ich vorsichtshalber schon mal euch allen ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Das werde ich natürlich im nächsten Jahr dann erstmal richtig ausrufen. Aber vor allen Dingen bis dahin einen guten, einen sinnvollen, einen schönen Übergang. Lasst euch das Silvesterfest nicht vermiesen. Und selbst wenn ihr es im ganz, ganz kleinen Kreis macht, nutzt es mit vielleicht mal ganz neuen Möglichkeiten. Nutzt es mal auf eine ganz andere Art und Weise, wie ihr das sonst gewohnt seid. Vielleicht ist das sogar der Schlüssel für ein besonders tolles neues Jahr. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße bis zum nächsten Mal.